Hier ist mein Schlafzimmer. Das Keyboard sitzt zwischen dem Schrank und der Tor. Das Hochbett ist über dem Schreibtisch. Der Stuhl steht vor dem Schreibtisch. Die Lampe sitzt auf dem Schreibtisch. Elrond steht vor dem Fenster. Die Kommode ist neben dem Fenster. Der Spiegel hängt an der Wand. Nivetha hängt das Poster unter dem Spiegel. Das stimmt! Das ist ein Schlafzimmer. Der Spiegel hängt an der Wand. Das ist ein Schlafzimmer.